Hallo und willkommen. Der Smartwatch-Markt wächst. Immer bei Modelle und Möglichkeiten bieten sich den potenziellen Käufer. In einer Zeit, in der täglich unzählige Nachrichten und Mitteilungen verschickt werden, eignet sich eine Smartwatch ideal als alltäglicher Helfer. Um etwa Nachrichten zu checken, muss nicht immer das Smartphone aus der Tasche geholt werden. Ein simpler Blick aufs Handgelenk genügt der Städtelsen. Dein Job lässt es einfach nicht zu, auf wichtige Mitteilungen sofort zu reagieren. Du möchtest immer auf dem aktuellsten Stand sein. Du brauchst ein Gerät, das die Uhrzeit abbildet, Nachrichten empfängt, eingingende Rufe annehmen oder ablehnen kann, Fitnessdaten kompakt verarbeitet und noch viele weitere Smartphone-Funktionen besitzt. Dann bist du zweifelslos ein Kandidat für eine Seichsaug-Smartwatch. Mit Hilfe der vielen vorinstallierten und selbstgestalteten Watchfaces kannst du die Uhr immer zu deinem aktuellen Kleidungsstil anpassen. Entweder du entscheidest dich für die digitale oder analoge Uhranzeige, für den goldenen oder den schwarzen Hintergrund, für ein prunkvolles oder schlichtes Design. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern und findet weiterführende Informationen zu diesem Video-Topic. Schnell sein lohnt sich also. Es gibt keinerlei Grenzen. Zudem bist du immer über Termine und Meetings informiert, die du direkt auf dem Display überblicken kannst. Eine Smartwatch steht dem gesundheitsbewussten Menschen als ständiger Fitness-Trainer zur Seite. Smartwatches erfreuen sich nicht zuletzt auch bei Ausdauersportlern großer Beliebtheit. Daher besitzt die Sechsung-Smartwatch ein GPS-Modul, um somit bei Aktivitäten unter freiem Himmel die genaue Strecke nachzuverfolgen. Mit Runtastic oder anderen Gesundheits-Apps lassen sich die Daten am Ende eines Tages bzw. einer Woche auswerten und je nach eigener Zielvorgabe verbessern. Denn die eigenständige Kontrolle der eigenen Fitness und Gesundheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mithilfe von smarten Geräten wie der Smartwatch von